Was ist los im Palast von Erdogan? Wir beginnen mit den ersten Nachrichten, die wir basierend auf unseren Quellen hinter den verschlossenen Türen des Palastes vorbereitet haben. Eine der dem Kalifenpräsidenten Erdogan am nächsten stehenden Namen, von dem wir aus Geheimhaltungsgründen nur die Initialen des Namens nennen können. MM erzählt, dass am Samstag, dem 11. Juni 2022 um 10 Uhr nachts der älteste Sohn von Erdogan mit verbundenen Augen und Handschellen unter den wachsamen Augen von Agenten des türkischen Nationalen Geheimdienstes und Innenminister Sohle in den Sultanatssaal gebracht wurde und zu Erdogans Füßen der auf seinem Thron saß geworfen. Als Sohle und Ankaras alter Bürgermeister Abraham Melik Göcek angefangen haben den Sohn mit Tritten und Stöcken zu schlagen griff Fürst Didi Erdogan die da war um seinem Ehemann dem Kalifenpräsidenten die Tasche zu zeigen die sie gerade gekauft hatte Abraham Melik Göcek an und begann zu ziehen sein Schnurrbart. Wütend auf seine Frau Erdogan der sich schreiend einmischte erklärte die Situation. Dass ihr Sohn Bier getrunken hat wurde von Ermittlern des türkischen Geheimdienstes nachgewiesen. Offenbar beschloss Erdogan der beim Anblick der Bilder am Boden zerstört war ihn zu bestrafen indem er seinen eigenen Sohn sieben Stockwerke unter dem Palast in Folterkeller schickt um ihn durch Erwürgen zu töten. Als Fürst Didi Erdogan davon erfuhr schrie sie und sagte Du erwürge zuerst Kilit Stas Sohn. Dann sagte der Kalifenpräsident Erdogan dass Kilit Stas Sohn aus Geldmangel kein Bier trinken könne und rief wie rein und friedlich sie seien während sie in Slam lebten. Obwohl Frau Erdogan die versuchte die Erweichung ihres Mannes auszunutzen versuchte ihren Mann zu überreden antwortete er Ich habe einen Eid geleistet jemanden im Keller erwürgen zu lassen. Als Ergebnis der Diskussionen und der religiösen Beratung wurde entschieden dass eine der Neffen von Abraham Melik Göcek im Keller erdrosselt werden sollte. Auch die Henker die den Neffen des alten Bürgermeisters erwürgt hatten wurden in Übereinstimmung mit der Heiligkeit des Befehls und des Staatsgeheimnisses in Fässer gesteckt und in die Tiefen des Bosporus geworfen. Es wird gemunkelt dass die angespannte Atmosphäre im Palast immer noch andauert und der Kalifenpräsident in den gigantischen Spiegel des Sultanats starrt indem er laut schreit. Es gehört auch zu den Nachrichten dass er ständig Abraham Melik Göcek den alten Bürgermeister von Ankara auspeitschen lässt den er nackt an den Bankettisch des Palastes fesseln lassen hatte. Ich bin der Freundin an den Tiefen zu besuchen und ich bin der Freundin an denuet, die Spiegel des Krankenhaus ist zu seinem Vertrauen vermitteln.